Auf drei, treffen wir gut anzeigen und viel Spaß. Pugnate! Ja, Eneas versucht ein Schieb zu auf, aber BWF passt auf. Wir sehen, Eneas schont sie nicht. Macht das alles mit. Das war zwar laut, aber ein lautes Punkt heißt, die Rüstung wurde getroffen, nicht der Kämpfer. Miriam zeigt den Treffer an. Eneas ist doch mit Gewalt durchgekommen. Du bist ein Tier, Eneas. Pugnate! Ja, wo sind die Gegenstimmen? Pugnate! Ja, beide Kämpfer belauern sich, tarieren die Reichweite aus. Pugnate! Übernahm. Und Mebier blockt den Stich zur Schulter mit ihrer Heldenkrempe und sticht Eneas einfach in den Oberkörper. Und Pugnate! Wer sich übrigens fragt, ob es warm ist unter diesen Helden? Oh ja. Denn es treibt es der Gladiator gar. Und Feuer! Ah, Eneas! Ah, Eneas! Er spottet seine Gehirne! Ah, Eneas blockt die Kombination aus und geht zum Oberkörper. Was sagen die Unparteiischen? Das ist aber egal. Da geht's Pugnate! Und nochmal anfeuern. Die Jungs brauchen Kraft. Der schlicht wird von unserem Schild durch und nicht über den Wurzel stecken. Dafür trägt man den. Gehe, wer zippt mit ihrer Spitze auf die Schulter von Eneas. Was sagen Geschichtsrichter? Morgen ist der Treffer? 2-2. Also, gebt nochmal beides, Jungs. Letzter Punkt. Pugnate! Reiner lässt sich hier aus der Ruhe bringen. Beide sind gut ausgebildet. Ah, der Helm rettet Mewia. Und? Wir wissen über Reichweite. Sie war gerade so weg vom Schwert des Eneas. Und angetäuscht und in die Brust geschossen.